Herzlich willkommen zurück zur Stoic Challenge, in der wir mit einem Lächeln auf den Lippen und einem freigeräumten Tisch im Kopf Jorm den Riesen mit einem Sturmlineal aus der Realität pusten. Hoffentlich, das ist der Plan. Wir sind an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, selbstverständlich. Und feint in der entweiten Hauptstadt, kurz vor dem Bossraum, wo die blöden Priester mit ihren Feuerbällen werfen. Sehr lästig. So, und wir haben ja schon die Mechanik erforscht, letztes Mal. Hier oben der Riese wird besiegt, indem man diesen Storm-Ruler mit Storm auflädt, was offensichtlich so vier, fünf Sekunden dauert. Und ihm das dann in die Rohren haut. Zack. Ach Mann. Ja, das ist bei diesem Fight, ist das größte Problem mal wieder die Kamera, weil... Ich aber die Hälfte der Zeit... Und ich sehe, was er macht. Und jetzt war auch gerade der Lock-On einfach irgendwo in den leeren Raum rein. Und dadurch ist meine schöne... Sturmladung... Direkt verloren gegangen. Chronos ist ein Ziel. Und dann kommt ein Ziel. Bäer. BЕН poor. B.Ä. B.A. Lafa. Ew. Du bist du einn. also die kontrolle dieses spiels ein albtraum wie lange das dauert bis ich mich wieder bewegen kann ich bin einfach nirgends sicher ich habe das Gefühl er hat angriffe für jede für jede entfernung und richtung erstes ist alle, das ist schlecht es ist nicht ganz leicht sag ich mal weil wir waren jetzt auch noch nicht am ende da hätte er glaube ich noch zwei von diesen Ladungen gebraucht und ich habe nicht genug Zeit um das aufzuladen ich weiß nicht wo man die herbekommen soll der ist ja ununterbrochen am angreifen und jedes mal wenn er mich trifft dann wird dieses Laden unterbrochen ja, das fehlt vielleicht noch eine Zutat also eine Zutat das ist auch das ist so nervig wieso trifft der mich obwohl ich renne? also haben die, haben die äh es gab ja im Zweiten Weltkrieg ein Forschungsprogramm ob man, wenn man Hühner in Raketen setzt oder in Torpedos glaube ich, in Ur-Torpedos äh, wenn man die Hühner dann auf ein Radarbild picken und wenn sie da dann das Ziel sehen, ob die dann den Torpedo steuern können vielleicht haben die Hühner eingebaut, diese Feuerwälle so jetzt habe ich nicht aufgeladen also was sehr helfen würde, wäre natürlich wenn man Hilfe hätte dabei Mann es ist steht in Zeitlupe auf ein Wahnsinn ja, aber hat die Ladung was geführt also ich habe ein bisschen in Verdacht dass das möglicherweise der zweite Boss ist bei dem die Framerate nicht so richtig mitspielt weil das ist es ist so langsam und jetzt, es könnte ja sein, dass der mich mit seinen Attacken dass der einen Super-Stun da eingebaut hat aus irgendwelchen Gründen das ist ja alles denkbar aber einfach nur das normale Aufstehen ich bewege mich mal wieder wie in Zeitlupe okay, doch keine Hühner drin aber warum hätten wir da wieder rein? ich will nicht nochmal die Aufnahme rausschalten müssen aber ich will jetzt auch nicht zehnmal hier reinrennen bis es durch Zufall mal klappt ja, das andere ist warum kann man sich hier keine Hilfe holen ich weiß es nicht so Kamaraaa Sehr gut Was Kann es klappen Shit Mann Einmal noch Shit Nein Diese Lock-on-Mechanik ist so kaputt Ein Wahnsinn Aber die Säule im Weg Und dann springt wieder die Kamera wild durch die Gegend Und ich verliere meine Zielerfassung Oh Uff Eieieiei Okay Oh ist passiert was Ah Ah Unkindled one Er spricht Nicht What Mal wieder Wie gesagt eins der Aspekte dieser Spiele Was ja auch eher angenehm ist Das wie ein nicht Mit Wie du weißt bin ich dein Bruder Plot Einführungen belästigen Sondern das gegenteilige Prinzip haben Dass man sich alles mühsam Aus den Beschreibungen der Gegenstände meistens zusammen sammeln muss Die ich auch weitgehend ignoriert habe Ich habe ja jetzt Vorhin als ich den Storm Ruler ausgewählt habe Bin ich mal wieder ins Waffenmenü gegangen Und da sind ja Unmengen von Waffen Und ich habe natürlich bei keinen einzigen geguckt Was die Beschreibung ist Und dann ist es auch kein Wunder Wenn man nicht weiß Was Was es mit dem Hintergrund Und mit der Handlung auf sich hat Nicht Handlung Sondern mit dem Mit dem Weltenbau auf sich hat Mit der Lore Der sogenannten Wie alles zusammenhängt Aha So Die Waffen wieder wechseln So Jetzt sind wir bei dieser In dieser Kirche In Marmon of Lothric gelandet Ist irgendwas vorgefallen Offensichtlich Prinz Lothric Is in your hands Please Save his soul I don't know what that means Tell him What he must Be A lord Ist im Storben Er hat uns das Bassin of Vows gegeben Weißt du mal eine Gelegenheit hier Wie ein richtiger Dark Souls Spieler vorzugehen Und uns anzugucken Was ein Bassin of Vows ist Okay Einige Seelen Eine Sonnenlicht Medaille Das Bassin of Vows Für die Key Items Wie ich das Spiel kenne Aschen haben wir auch noch Und wir haben noch eine Cola Chalice used in Old Ceremony In which Lothric Knights take their vows Place this Bassin at a statue of a beheading knight Alright What Okay 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 Acht Dark Sigils So let's love is down auf sich hat Nichts gemacht Ich war's nicht Ich hab nichts gemacht Was gehen die Lichter aus? Ich bin nur ein Schritt nach vorne gegangen Ich bin nur ein Schritt nach vorne gegangen Äh Nein Hat man denn hier nie seine Ruhe Noch ein Gegner Das hätt ich jetzt nicht gebraucht Für meinen Geschmack Okay Oh yeah 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 oh okay Also mit Backstab ist bei dem schon mal nix zu reißen. Heavy attack. Ein bisschen beeindruckt. Was ist das denn?! Das ist nämlich der Übelspiel. Direkt nach einem Bossfight, einem zweiten Bossfight. 37.000 Seelen stehen auf dem Spiel und ich weiß noch nicht mal wo ich jetzt rauskomme. Das ist ja ein Bossfight. The Profaned Capital wieder? Shit. Okay. Fuck. Tja. Ein bisschen schwarz. Ich habe genug Homewood Bones, ich glaube das ist ein Moment für Homewood Bone. Rein Seelen schnappen. Draußen Bone. Ja, also wie gesagt, da kommt mir vor, als hätte sich irgendwas verändert. Die Ladezeiten scheinen mir auch länger geworden zu sein. Dauerlich. Dauerlich. Habe ich schon dieses absurd große Schwert? Ah, das ist ja nix gut. Das ist ganz zunächst zum Glück. Ähm, ja. Bossfight. Was habe ich das? Wo habe ich das mir vorgestellt? Nichts zu schwer für dich, ne? So, Haufenrausschilder, auch nix mehr gegen. Okay. Handschuhe und Höschen. Das ist doch sehr gut. Try bleeding. Try bleeding. Handschuhe und Höschen. Das ist doch sehr gut. Try bleeding. I can do that. Is this bleeding? Oh. Erstaunlich. Hat ich die nicht verbraucht? Poison, magic. Ja. Sure. Okay. Ich mache es aber mal hier in Weise und. Ne. Ich weiß, dass das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, lasse ich die mal drauf. Dann können wir uns vielleicht noch davon stehlen. Dann können wir das nicht so gut gucken. Und dann können wir das nicht so gut gucken. Ja, hier zum Beispiel, diese Ringe haben auch alle Beschreibungen. Lloyd kommt öfter mal vor, der hat wahrscheinlich irgendwie eine große Rolle zu spielen in der Hintergrundstory hier. Aldrich natürlich, Volnir, scheint hier irgendwie wichtig zu sein. Dieser Pontiff Sullivan. Wie auch immer. Machen wir einen Versuch. Ich möchte gerne als erstes meine Seelen sagen. Na, wirst du wohl. Wirst du wohl. Durch die Säule durch, echt. Seems legit. Das ist ein Versuch. Ah, wie soll das mit dem Bleed klappt hier irgendwie nicht so richtig? Uff! Hm. Mal wieder die Kamera Es ist auch ein bisschen die Luft raus Leider gerade für die Handlung Ich habe alle drei Bosse und stattdessen Jetzt die Cinder Das ist ein deutsches Wort für Diese Asche Von Jorm Dem Riesen da abliefern kann Ich muss mich jetzt hier mit diesem Blödsinn rumärgern Das wirkt mir ein sehr retardierendes Moment Als wäre das Spiel nicht lang genug Was ist denn hier eigentlich los? Was treffe ich die denn nicht? Da habe ich den Eindruck, dass ich auch Kombos kann Oder mit runter Der zweite Angriff sind wahnsinnig schnell noch am ersten kommt Ja, ja So zum Beispiel Ich habe die Mechanik noch nicht so ganz verstanden Aber das ist offensichtlich nicht einfach nur Das Spiel, das schwerfällig Oder weniger schwerfällig ist Sondern das ist tatsächlich was in der Mechanik Manchmal kommt der zweite Angriff Nach zwei Sekunden Und manchmal kommt er sofort Okay, also Ah, bitte Ist ja wohl nicht wahr Ach, das ist doch Mühsam Mühsam durch diese Framerate Das hat ja nicht nur Konsequenzen für die Bewegungsgeschwindigkeiten Sondern das hat auch Konsequenzen dafür, was ich sehe Also der große Prinzip bei Dark Souls Ist ja dieses Telegrafieren der Angriffe Dass man vorher sieht Was hebt der gerade Wie bereitet der den Angriff vor Und wenn die Framerate so einknickt Dann wird auch das unzuverlässig Und das Timing schwierig Bis zum nächsten Mal Okay, also ich bin jetzt die Nase ein bisschen voll, aber nicht habe ich auch genug, das war ein gewöhnliches Symbol, wie auch immer. Genug Leggings und Handschuhe, ich schwimme jetzt die Seelen und dann geht's ab in den Filing Shrine. Ich bin Dancer auf der Boreal Valley. Erledigen wir ein andermal. Wiedersehen. Wiedersehen Nervensäge. Nicht, dass die Seelen irgendwann noch drauf gehen. Schade drum. Ja, das ist natürlich, ihr habt ja schon mehrfach darüber gesprochen, das ist ein allgemeines Lernprinzip auch, um mal auf das letzte Thema zurückzukommen. Diese Metapher in diesem Spiel von Schwierigkeit und dem Anrennen dagegen und bei jedem Anrennen gegen die Schwierigkeit ein kleines bisschen besser damit zurechtkommen vielleicht. Ich gucke mir die Verschwendung vor, das ist immer in Vitality zu investieren, aber anders möchte ich auch mal vielleicht das schaffen, die ganze Zeit fertig zu rollen. Halloween 99, was ist das denn? Wie werden wir das los? Das war nicht immer auf 99. Ich kann mich jetzt an keine konkrete Zahl erinnern, aber ich weiß, dass die schon mal niedriger waren. Das heißt, es wächst durch irgendwas, was wir machen. Aber gut. Hat hier irgendwas im Angebot, womit man Hollowing Wack bekommt vielleicht? Gab es nicht hier auch einen Purging Stone? Was haben wir hier denn so? Da ist nix, was ist das hier? Und hier gibt es alle möglichen Rüstungen plötzlich zu kaufen, durch die Asche offensichtlich. Neue Ringe. Nichts, was Hollowing rückgängig macht. Es ist auch... Vielleicht macht das gar nix. 99 klingt natürlich dann ein bisschen danach, als wären wir da am Anschlag. Es ist passiert. Es ist nicht so cool. Ich weiß, was ich weinig. O, was ich? Ich weiß, was ich zuerst. Aber ein kleines Dienst. Hehehehe. Lordz! Wo hast du dich auf dieser Kuh getan? Das ist viel zu schmerz. Ich sehe das Abyss in dem. Ja, ein Schmutz, ich bin. Aber deine Kampf ist für die Flamme. Und eine Kursung, das könnte es sein. Hm. This is all. Nach wie vor keinen einzigen Titanite Shunk. Diese Waffen bleiben alle stecken. In ihrem Upgrade. Rhythmus. Be careful. Okay. Ich muss gar nicht gucken, ob der was hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas verkauft ist. Halloween hilft. Sieht jetzt bei dir aus? Schlecht sieht es bei dir aus? Sehe ich schon. Schlecht. Greyrat ist verschwunden. Eieieiei. Purging stone. Cure's Halloween. Guck mal an. Komm mal direkt an. Schlecht. Wäre natürlich jetzt eine lustige Pointe, wenn Hollowing mich langsam machen würde. Ich muss bestehen. Das fände ich ganz amüsant. Da immer. So. Wie erwartet. Verändert sich zumindest mal so in der Bewegungsweise gar nichts. Wenn der Sinn das sind aus dem Ort davon ja an. fände ich an. So ne... Moment. Da ist er doch. Da ist er doch. Charming! Ein glühender Totenschädel. Okay. Mal einen Blick auf. Katsches werfen. Da was Neues zu sagen hat. Vorhin gesehen, dass ein paar Wochen doppelt und dreifach da sind. Das dachte ich jedenfalls. Ja, Jungenau. 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 Fühlen die sich von alleine wieder auf in einer Zeit. Ja, Jungenau. Ja, Jungenau. Und dann... Soll es das gewesen sein. Jetzt kann es wieder... Ich hab gerade ja erst... Das ist natürlich derselbe Tag. Gerade erst den Riesen in endlosen Angriffsläufen erledigt. Das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Das ist ganz brauchbar. Batsch. Batsch. Oh, Handschuhe. Hosen. Okay. Um... Let's do it, I guess. No. 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 hängen das mit dem blied ist ein ich habe keinen effekt zu haben Direkt reingeholt, super. ... ... ... ... ... Oh, oh, oh. Ich verstehe jetzt, warum das Fidenza heißt. Die ganze Kirche steht jetzt langsam in Flammen. Das ist mühsam, aber ich glaube, so kann es klappen. Nein, 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 nein. Oh, shit. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Puh, da ist ein Kampf der Geduld erfordert. Also, das mit dem Bleeding kann ich mir sparen. Der Effekt kann natürlich sein, dass das Schwert mir Schaden macht, durch das Bleed. Aber ein Bleed Build-Up, also dass der irgendwie davon betroffen wäre, so wie ich. Dann sehe ich mich im Entferntesten. Das ist ein bisschen lächerlich. Das soll ich. Was diese Pupsis hier? Diesem Riesenschwert. Mehr Stand halten als diese Riesenritter. Das ist nicht interessant. Okay, was können wir denn sonst noch? Was können wir denn sonst noch antun? Ich könnte natürlich... Piramancy Flame habe ich ja schon, das könnte ich probieren. Und vielleicht statt Blied mal was anderes ausprobieren. Hier ist es mit... Häusern... 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 Boah... Boah, ist ja nie. Hallo... Ich bin's wieder. Ne... Was ist denn das für ein Anfang? Scheiße... Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders als alle anderen Kämpfe in diesem Spiel. Sehr gemächlich im Tempo. Dafür sind die einzelnen Attacken aber nicht von Papa. Also diese ganzen Aufwertungen kann ich mir glaube ich auch schenken. Ich hab gerade versucht... Wie das bei diesem... Aha... Okay, das ist die Sonderfähigkeit dieses Schwertes. Nicht beeindruckend. Also... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber das Problem ist, dass alle diese Riesenschwerter und ihre Sonderfunktionen... ...verlangen, dass man sie zweihändig führt. Und das kann ich mir hier nicht erlauben, weil der so einen Wumms drauf hat. Was ist denn jetzt los? Jetzt treff ich den gar nicht mehr. Also... Eieieieiei... Na ah... Puh Läuft nicht so gut Also man meine schlicht im Sinn von Das Verhältnis aus Anlaufzeit Und Kampfzeit ist sehr schlecht Das ist immer besonders nervig Wenn man dann So ineffektiv dazu lernt Ich werde natürlich mal probieren, ob ich an all diesen Leutchen da draußen vorbeirennen kann Weil das jetzt, dieses Schwert, deutlich schlechter funktioniert als das andere So, das ist schon mal klar So, das stellen wir mal wieder zurück Da ist auch ein Design-Morgs-Umgang Ich lasse jedes Mal das Menü offen Das bedeutet, dass es offensichtlich nicht funktioniert Offensichtlich schlecht designt Letzter Versuch Hab ich zwar vorhin schon gesagt, aber diesmal This time I mean it Das glaube ich nicht Was? Ja, okay, ich habe es gesagt Und so halte ich mich jetzt auch dran Weil es ist kein interessanter Kampf Und ich sehe auch nicht so genau, wie man den gewinnen kann Außer durch Glück Und das ist uninteressant im Moment Also das war's für heute Bis zum nächsten Mal Wiedersehen Und das war's für heute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal